Ah, was hat er gesagt gerade? Du kannst. Oh, der hat dich gebissen. Ja, ich bin tot. Ich bin vergofften wahrscheinlich. Toll, los, komm, wir hacken das aus. Kann man das? Uh, die macht den Schnabel. Ich hab sie getötet für dich. Wollen wir sie fressen? Können wir sie fressen? Au! Du musst doch die Schlange treffen. Ich wollte die Schlange. Hallo und willkommen zurück beim Camping Simulator. Wir sind immer noch an unserem wunderschönen Lagerplatz, an unserem Zeltplatz von der letzten Nacht. Da haben wir eigentlich auch einen schönen Ausblick. Wenn man... Hältst du mir jetzt echt deine Karte vor dir sieht? Geh doch mal weg. Und wir haben die Nacht hier schön verbracht. War nett. War okay, war nicht zu kalt. Und wir müssen jetzt die Höhle erkunden. Die Höhle haben wir schon angeguckt. In der letzten Folge ist dort oben irgendwo. Da. So müssen wir. Wir sind da. Tja, wir müssen einfach wieder zurückfahren. Okay. Sobo ist da vorne. Freut sich schon auf den Ausflug, den wir heute machen? Ja, aber die Sonne geht schon wieder unter. Lass uns mal eine Nacht hier wieder hin. Na, dürfen wir ja nicht. Oder? Das hat der mir doch nichts zu sagen. Komm, wir bauen jetzt hier ein Zelt auf. Da geht's ja nicht. Man kann da nicht beide drin schlafen. Haben wir doch eben Ohr gekonnt. Aber zählt nicht zum Erholen. Wir müssen doch nicht schlafen. Der Schlafbalken ist okay. Aber die Sonne geht gerade unter. Wird sie durch die Nacht gebrauchen? Na, wenn ich halt... Ich würd's nicht machen. Nee? Na, dann bau nochmal auf, so hat's erzählt. Äh, wie? Hat Titan zuerst hingepackt? Benutzen. Gar nicht, doch. Warte mal, irgendwie ist mein... Mach mal ruhig weiter. Ist dein Bildschirm auch so komisch verschoben? Nee. Also hast du rechts den Balken mit der... Mit dem Blitz? Auch nur so halb? Ja, das ist normal. Okay. Ich dachte, das ist irgendwas verschoben. Oh, ich muss trinken, ey. Was trinke ich denn? Das hier? Nee, ich trinke nicht. Aber wenn wir jetzt nicht die Heringe hinmachen... Dürfen wir bestimmt nicht. Dann geht das doch trotzdem, oder? Doch, guck. Schlafsack eh. Okay, kann ich meinen Schlafsack da auch rindpappen? Nee, komm einfach in meinen. Nee, kann meinen da auch rindstellen. Nee, doch nicht, kann ich nicht. In deinen kann ich nicht. Doch, kannst du, komm. Ich kann nur aufnehmen. Kann ich nicht. Geht nicht. Lag ja nicht drin beim letzten Mal. Jetzt kann ich. Na super. Du kannst jetzt nichts tun. Ich bin wieder voll ausgeschlafen. Also ZZZ ist voll. Aber das nachts? Oh je. So. Nee, ist morgen. Geht die Sonne... Warte mal, guck mal. Geht die Sonne jetzt aus? Ist morgen, aber wir müssen was essen. Im Osten geht die Sonne aus. Erst mal einen Thunfisch. Jetzt ist die Nacht schon wieder vorbei. Naja. Siehst du doch, wenn der Balken unten voll ist, der Z-Balken. Also Schlafbalken. Oh, ein Häschen. Kann ich's hatten? Was tut? Na geh ruhig los, ich brauche mal Lena ab. Ist ja rein, sie kann das eh nicht abholen. Dein Rucksack ist voll. Was hast du mir denn über Nacht in den Rucksack gepackt? Nicht? 43 von 45 kann man. Muss ich mal ein bisschen weiter wegschmeißen. Was hab ich denn hier? Ja, Tikel. Holz. Fallen. Zack. Oh, das ist glaube ich der Mond, oder? Der da aufgeht. Das ist morgen, komm. Was hast du denn da? Nix. Da. Mit der Achsenhand nix. Wir müssen immer links bleiben, haben wir gesagt, ne? Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, das nachts. Nein, das ist morgen. Komm. Du musst nicht schlafen. Aber das ist so dunkel für morgen. Es ist nicht dunkel, es ist hell. Das ist der Mond. Ach. Klop mir. Doch. Ich seh schon ein Ziel. Ja, aber da steht nicht dran, wie weit das noch ist. Siehst du ja auf der Karte. Auf der Karte? Ja. Na gut. Für mich ist das aber noch. Daher holt das. Hast du nicht über die Schleifen? Nee, wir dürfen nicht woanders hin. Wir weichen nicht vom Weg ab. Hast du das nicht gelernt? Hänsel und Gretel? Die Sachen sind... Was hat er gesagt gerade? Du kannst... Oh. Der hat dich hier bissen. Ja, ich bin tot. Ich bin vergofften wahrscheinlich. Toll, los. Komm, wir hacken das Ars. Kann man das? Uh, die macht den Schnabel. Ich hab sie getötet für dich. Wollen wir sie fressen? Können wir sie fressen? Au. Du musst doch die Schlange treffen. Ich wollte die Schlange... Komm, ich heb die wieder hoch. Nachdem ich dich erschlagen hab. Nimm sie auseinander mit dem Taschenmesser vielleicht. Oh, geh lieber weg. Nimm mit Messer. Das geht nicht. Du schmeißt es jetzt. Hier ist es um mich rum. Nee, das geht nicht. Mach du mal. Probier mal. Die kann man nicht essen. Die ist denn zu einer weißen Glitzer? Ja, bei mir auch. Kann man nicht essen. Nee, man kann das machen. Und die hat zwei schöne blaue, scharfe Zähnchen. Eklig. Komm weg. Ihr heult ein Wolf. Das macht mir auch keinen Spaß. Das ist mitten in der Nacht. Ach, du bist auch in der Nacht. Rutschen. What? Ui. Rutschen. Da kommt es wieder hoch. Aber ich würde doch nie in so eine Höhe gehen. Nie. Wieso nicht? Du bist ein Abenteuer. Uh. Nein. Siehst du? Das will ich nicht machen. Glocke den Bären nicht zur Falle. Im Herstellungsmenü kannst du Fallen für die Jagd aufstellen. Tab erstellen. Ich höre ihn schon. Nicht machen. Wir müssen eine Bärenfalle erstellen. Nicht wegrennen. Hier und jetzt. Aber hörst du nicht? Aber ich habe nicht zweimal... Ach doch. Hier kann ich ausnehmen. Oh je. Mir fehlt noch so ein Holzbalken. Aber ich glaube, mehr Inventar ist frei. Und ich habe nicht so was. Mein Rucksack ist voll. Ich muss was essen. Ja, mir fehlen aber die komischen Pfirsiche und das Essen da. Um die Bärenfalle herzustellen. Wo soll ich denn das herkriegen? Trinken. Ich trinke mal Bier. Trink mir ein bisschen Mut an. Warte mal. Zurück. Ich muss noch kurz was aus dem Inventar schmeißen. Ticke. Hier, Holz. Nee, brauche ich noch. Holz, brauche ich noch was. Herstellung. Hier, Äste brauche ich nicht. Vier von zwei. Also, ich stelle sie gerade her. Ich weiß ja nicht, ob ich das machen will. So, und wo müssen wir hier hin? Ich würde das nicht machen. Ich würde eigentlich nur schlafen. Ich bin einfach hier vorne auf dem Weg. Wo ist denn der Berg? Ich stelle sie hier vor die Höhle, habe ich sie erstellt. Okay. Ich sehe sie nicht. Auch da. So. Soll ich ihn holen, oder? Warte mal. Ich habe da hier so ein komisches Ding hier. Wir können aber einen Stein werfen. Was macht das mal auf? Mit Kuh oder so, ne? Nee. Tauschen. Warum tauschen? Warte mal. Können wir einen Stein werfen? Hat er vorhin am Anfang geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wie. Ach, die Scheiße. Der kommt, der kommt, der kommt. Huh. Na toll, hat eh nicht erreicht. Können wir den da einsammeln? Geh mal in die andere. Geh du doch in die andere. Ich geh erst mal zum... Und jetzt, was mach ich mit den Bären? Gar nichts. Löst die auch bei mir aus, die Falle? Komm mal her, du musst mich vielleicht gleich... Au, kannst du kurz? Können wir den Bär jetzt essen? Aber wir können die Fallen nicht mehr mitnehmen. Nee, aber der hat so viel Fleisch. Na toll, jetzt kommen wir hier aber nicht durch, weil der Bär hier sitzt. Das ist natürlich schlecht und da müssen wir lang, oder? Ja, wir müssen doch. Aber der macht den nicht. Wir sollen jetzt zu Campingplatz Nummer zwei. Der ist da oben und da kommen wir nicht lang. Wir müssen durch die Höhle, oder? Hier ist, kommt man durch. Jetzt schon mal in der... Den mag ich ja. Wie kann man speichern? Lagerfeier. Oder? Was ist eh? Kannst du dich hinsetzen, ausmachen, entzünden. Marshmallows. Okay. Oh, da ist ein Rucksack. Bier. Oh, Bier. Dosen essen. Jetzt wissen wir aber, wo wir immer zurück können an die Rucksäcke. Wir haben Bier und Dosen essen mitgenommen. Das ist schön. Das reicht, die Axt und so. Das ist halt da. Hitze. Aber die sehen nicht so aus, als wenn man die essen sollte. Das ist mitten in der Nacht. Wir schlafen am Tag. Das ist loyal, Wander schlafen. Wir müssen schlafen, wenn der ZZ-Balken runter ist. Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Ja, aber das ist ja am Tag. Das ist loyal. Macht doch keinen Unterschied. Das ist immer hell. ZZ-Klasse Nummer 2. Diese Wanderfahrt, das ist ja Röftopf, wo müssen die... Also, der geht mitten durch den Bären-Dings. Oh je. Weih. Wir sind schon viel zu weit. Ach nee, doch nicht. Nee. Doch. Nee, wir müssen viel weiter. Der Campingplatz Nummer 2 ist links oben. Bei mir war so ein kleiner roter Punkt, da vorne. Na, das sind wir. Angelstelle. Soll ich uns heute angeln? Nee, wir gehen jetzt zum Zeltplatz. Aber ich will angeln. Ja, wenn die gequestet sagt. Dann müssen wir den rechten Weg lang gehen. Warum? Kommen wir nicht auch unten? Nee, kommen wir nicht. Kann man eigentlich auch so einen Baum hacken hier? Der hat eine Riesen-Axt und die sind Bäume. Upsi. Aber beide zusammen funktioniert nicht. Der hat keinen Baum. Ein Bächlein? Ach nee, eine Brücke? Ach du Scheiße. Noch ein Bär. Oh Gott. Nicht dein Ernst. Oh, hier ist eine Schlange. Warum kraucht er nicht? Du musst auch lesen. Hinter mir ist eine Schlange. Da kraucht er. Meine Fresse. Das sah ja geil aus. Sag dir mal zeigen, wie das aussieht. Warte mal, bleib mal da stehen. Da ist eine Schlange auf der anderen Seite. Oh je. Geh, oh nochmal. Mach dir alleine, wahr? Ja. Wenn man hier runterfährt, ist es vorbei, oder? Denk ich ja. Aber guck mal hier. Mach dir krase. Wie oft schon. Wenn du dich noch mehr drehst. Oh, wenn du eine Achse in der Hand hast, muss ich aufpassen. Also Fick, ich komme auch nochmal zärtlich rüber, jemand da. So. Sind wir jetzt bald da? Ja. Sind wir schon da? Aber am Tage willst du in so ein Zelt nicht pennen, denn es ist echt warm, wenn die Sonne rauskommt. Links oder rechts? Ja, dann. So. Oh Gott. Schlaf gut. Schlaf gut. Wenn du in dem Bereich, in dem du kennst... Pass auf, für eine Schlange. Die ist nicht so viel. Eine Schlange. Fällige Tiere vom Feuer fern und du bist in Sicherheit. Okay, wir müssen Feuer machen, schnell. Okay, du machst ein Feuer und ich lock die Schlange weg. Weil dann gehen die Schlangen weg. Herstellung, Feuer. Hab ich alles ja nicht. Dann sammeln jetzt, schneller. Nein, ich kann nicht lange. Die passt nicht in mein Dings rum. Dann pack was aus. Kann man doch später wieder einsammeln. Oder lass mich das bauen. Ich hab alles, glaube ich, noch bei. Mein Rucksack ist voll. Dann lass es sie doch zerhacken. Dann hack mal. Ich kann sie nicht hacken. Die kommt zu uns so wieder wahrscheinlich. Dann kommst du zerstört. Okay. Ich guck mal, ob ich Lagerfeuer bauen kann direkt. Leg mal ein bisschen Platz. Drei. Drei Holzen brauchen wir. Wie ist eins? Ich bin auch voll. Oh. Weil wir so gierig sind. Ja, ja. Ich hab schon mal einen Platz gesäubert. Aber die olle Schlange liegt hier noch. Aber kann ich den rausschmeißen? Titte vielleicht. Ich sammle das eh später wieder ein. Ich baue erstmal nur das Holzlagerfeuer. Ein Holz. Vielleicht war das schwer. Ein Holz aufgesagt. Ah, nee. Geht immer noch nicht. Nee, ich brauch mehr Holz. Ich brauch noch einen großen Stein und zwei Holz. Ich weiß da, ob ich los. Frühstücke. Was? Wie bitte? Oh je, Alter. Ich baue ein Holz. Gib mir ein Holz. Ich hab ein Holz. Hier, ich schmeiß ihn so aus. Nee, ich baue noch zwei Holz. Hier ist eins. Eins. Und, 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 hier. Zwei. Das brauche ich noch einen großen Stein. Hab ich hier. Komm her. Und kletter doch da rein, Boxer. Wie viel? Eins oder zwei? Nein. Frühstücke. Hier liegt der gelöschter Gegenstand. Den kann ich nicht öffnen. Oh, hinter dir. Oh. Ich bin tot. Ich auch. Ja, wir müssen Feuer stellen, sonst kommen die Tiere. Hat er ja geschrieben. Ja, wir sind doch auch so gierig. Und jetzt machen wir Gift ab, oder was? Das geht ja nicht anders. Aber, aber. So, jetzt kann ich mit Kleinstein. Und zelten dürfen wir hier nicht, oder was? Doch, dürfen wir. Da hatten wir gestern Abend gekundet, aber wir waren nicht schnell genug. Da waren noch zwei Holzteile. Ich habe mal die Feuer wieder angemacht. Ist gut. Der braucht echt wenig Schlaf, ha? Ich denke mal, der ist jetzt eh mal nicht da oben, aber. Ja, stimmt. So, ich komme jetzt mal zurück. Und jetzt stelle ich diese Kleintierfalle auf. Siehst du, dann können wir uns ein Kaninchen haben. Stelle ich die hin? Tee. Doch, hier kannst du speichern am Lager frei. Oh nein, wir müssen zwei herstellen. Du musst doch eine herstellen. Okay, aber hier kannst du speichern am Lager frei. Noch sieben Sekunden. Fünf. Kann ich auch nicht machen, da. Mit Tee? Aber hast du noch nicht mit Speicherbacken? Geht davon alleine, warte ich mal halt an. So geht es nicht. Okay, Kleintierfalle. Zwei dicke... Und vier... Zwei kleiner Stein und zwei... Dicke Holz. Tasten hier nicht schmissen. Gelöschter Gegenstand. Wiss ich nicht. Ich habe gelöschte Gegenstände. Hier sind die beiden gelöschte Gegenstände. Kleiner Stein, was noch? Das ist wie so eine Holzbrocken. Da kann ich nicht einfach einen Baum machen. Nee, du musst das machen, was er möchte. Ja, aber hier ist kein Holz mehr. Da musst du raus. Unten, draußen liegen die doch. Hier, raus. Hier ist kein Holz. Doch, rechts ist Holz. Rechts runter. Liegt überall am Wegesrand. Hier sind überall Bäume, ey. Da unterliegt immer Holz. Oh je. Lass uns die doch einfach tot machen. Geht doch nicht. Dann lock ich einfach eine Falle. Der kommt doch nicht. Wir müssen kleine Fallen aufstellen. Oh, du machst es ja gerade. Wie schön das aussieht. Ist egal, wo ich die hinstelle, oder? Dann geh mal, oder? Du trägst noch. Ich fange ja vier Fische. Wollen wir erst mal schlafen? Wie denn? Na, indem wir unser Zelt jetzt bauen. Nee, mein Schlafen ist noch... Halb. Boah. 40. Halb. Das ist mitten am Tag. Wo sollen wir denn angeln gehen? Na, am Angelteich. Das geht bei der Angelstelle. Auf der Karte hier in der Nähe. Und jetzt fangen wir vier Fische mit der Angel. Angel habe ich auch bei. Wir müssen nach Osten. Kommen wir hier einfach so quer durch nach Osten? Wo ist der Osten? Osten ist da, wo der Bär ist. Nee, hier runter müssen wir den Weg. Ja, ist da, wo der Bär ist. Der ist doch nicht hier, oder? Doch. Im Osten war der Bär. Im Osten geht die Sonne auf. Angelstelle. Jetzt kannst du angeln, siehst du? Sache ist gerade für mich. Oh, hier. Wer kommt denn hier? Mit F muss ich springen? Oh, oh, oh. Oh, warte. Angeln. Ja, oder? Von hier oben? Nee, jetzt sind wir falsch. Jetzt sind wir ganz falsch. Wir müssen wieder zurück. Stimmt. Warum sind wir denn jetzt so falsch? Moment. Ich gesagt habe, das war im Osten. Waren wir doch im Osten. Gehen wir einfach hier lang. Such den Osten. Da ist Ziel. Es steht doch Ziel. Ich habe eine Blaubeere aufgesammelt. Bei 100% sieht es jetzt Feuer aus. Und der Bär will uns jetzt gleich an den Socken. Nein. Sicher ist sicher. Oh, rutschen, rutschen. Ui. Das ist nicht schön. Wie viel Kilo habe ich denn eigentlich? 41. Oh, warte. Oh, geil. Du kannst am ganzen See angeln. Da liegt ja eine Angel. Toll, da liegt nicht mehr eine scheiß Angel mit. Oh, ich angle schon. Guck, wie ich angle. Ja. Ja, wo seht ihr denn? Ich habe schon eben. Ja. Warte, mach da alleine. Ja, ja, mach da alleine. Oh, Fischlein. Ja, zeigt er den auch? Ey, drück doch, ey. Ich muss wieder zurückgehen und die Stelle suchen. Das hätte man auch noch ein bisschen schöner machen können. Das stimmt. Man sieht doch nicht mal eine Leine. Und die Hand ist ja auch noch ein bisschen mehr. Und die Hand ist ja auch nicht an der... Ah, Gott, man fängt was. Ist egal. Wer fängt, hat recht. Wir haben... Kling. Mit meinem Fisch haben wir das jetzt. Sehr schön. Gehe zurück ins Camp und beobachte den Sonnenuntergang. Nett. Wenn wir nachher wirklich vier Fische auf den Grill packen sollen, ja? Und wir hier nur zwei in der Tasche haben. Der Fisch ist entkommen. Alter. Der Fisch ist entkommen. Der Fisch ist entkommen. Ja, wenn wir nicht mehr können, wahrscheinlich, wenn wir schon vier haben. Meinst du? Ey, guck mal. Ich halte meine Angel unermann sie. Mein Fisch ist entkommen. Der Fisch hat angebissen. Der Fisch ist entkommen. Ist so geil. Ich hab ihn. Bei mir ist er nicht entkommen. Ich hab ihn. Meiner auch. So. Da sind wahrscheinlich wieder unsere Dinger voll und so. Der kann eh nach wenigstens noch einen rausschmeißen. Dass der andere dann vier hat. So, na gut. Dann gehen wir gleich zurück zum Camp. Da ist ja schon Sonnenuntergang. Mach schnell. Dann gucken wir den Sonnenuntergang ein. Können wir da hochrutschen? Nee. Na toll, wie kommt man jetzt da wieder hoch? Ach, hör doch auf. Nein, wir können nicht den Sonnenuntergang beobachten. Warte mal. Wir können ja mal gucken, wo wir hin sollen. Doch, wir sollen da hin. Ja, wiss ich auch nicht. Aber wie kommt man da hoch, wenn wir nicht dürfen? Ich will den Sonnenuntergang angucken mit dir. Aber. Sollen wir. Wie kommt man da nicht hoch? Dann müssen wir außen rum kommen. Diesen Weg. Echt? Okay. Mensch, die Sonne geht gleich unter. Und wir müssen da ein Zelt aufstellen. Wir müssen diesmal mal in der Nacht schlafen. Jetzt wird schwer. Oh, du wirst langsam durstig. Warte. Warte, ich meckere. Jetzt nicht. Ich verdurste sonst. Jetzt ist es auch halbvoll. Ach. Was ist denn hier rechts? Noch eine Höhle. Wo bist du denn jetzt? Einfach den Weg lang gegangen. Jetzt müssen wir mal von da kommen. Ich weiß nicht, wo müssen wir denn hin? Das ist ja Platz zwei. Das ist mal links lang. Na, da, wo wir eben waren. Ja, ja, komm. Schneller. Da brüllt immer noch der Bär. Ich bin oben. Ist das die tote Schlange? Ich will nicht. Schlange ist doof. Ja, ich hab sie getötet. Ich bin der Schlangtöter. Ach, du Scheiß. Das ist hart. Schneller, schneller, schneller. Fällt man einfach um, wenn du's Ende ist? Ja, wo will der Bär? Ja, mach bloß schnell das Feuer an. Oder wir töten ihn einfach. Platziere deinen Campingstuhl. Der kommt an den Randmach. Ich kann nicht. Ich steck fest. Der wollte speichern. Ich steck's fest. Ich hab T gedrückt. Ich hab T gedrückt und war in dem Speicherding. So, Sonnenuntergang. Was sollen wir jetzt machen? Den Campingstuhl platzieren. Wenn wir den Sonnenuntergang angucken sollen. Radio ist geschlossen. Da sind bestimmt Bakterien alle. Camping. F12, mache ein Foto von der Aussicht. Setze ich mich jetzt da hin? Kann ich mich da hinsetzen? Wo ist denn der Sonnenuntergang? Der ist doch links. Ja, den gucke ich grad an. Wie bescheuert. Na, ich guck zum Sonnenuntergang. Du hast es natürlich ein bisschen besser gehabt. Was sag ich doch. Aber bei mir hat sie zählt. Du wirst langsam durstig. Ja, und essen müssen wir auch. Aber ich hab den Sonnenuntergang gesehen. Du hast nur irgendwo hingeguckt. Nein, ich hab da auch hingeguckt. Kann ich den Stuhl wieder aufnehmen? Mit R. Zack, eingepackt. Radio ist geschlossen. Dein Rucksack ist voll. Dann lass das scheiß Radio hier. So. Na gut, dann machen wir hier Schluss für heute. Bayern. Ereignisreicher Tag. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier die Nacht verbringen. Und ansonsten müssen wir dann in der nächsten Folge die verlassene Hütte erkunden. Ja, es wird schon wieder morgen. Ach du Scheiße. Jetzt können wir den Sonnenuntergang machen. Das geht schnell, wa? Ja. Und wir haben noch nicht mal geschlafen. Nee, es wird nicht morgen. Das sieht aus wie morgen. Es war nachts. Das ist der Mond. Für mich sieht es aus wie morgengrauen. Ja, das ist immer nachts. So, na gut. Also, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Jetzt kann ich mich hinsetzen. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.